All die Ärzte im OP nennen mich das wandelnde Lexikon Hast du ne Frage? Brauchst du es nicht nachschlagen? It's not okay, ich weiß es eh Ich weiß es eh Was kommt im Zyklus nach Zitrat? Ein Paket zu Klutarat Wie ist der Bruder vom Dekan? Friedrich Ludwig Sebastian Das alles fällt mir gar nicht schwer, doch eine Sache quält mich sehr Denn ich komm nicht mehr rein, it's the Jerome Alle drei Monate fängt von vorne an Wer denkt sich den Scheiß denn aus? Man, ich raste aus Was gab ich damals nur ein? Ich komm nicht mehr rein Ich drob hier bei 675, nee, das war mein Passwort bei MSN Ich könnte schwören, ich hätt's mir aufgeschrieben Ich schreibe, schlau'n Display, was für ein Klick, mein Kopf tut weh Ich sitz mit den Büchern in der Bib, kann sie alle auswendig Ich kenn' jeden Rap-Text von Flair, nur dieses Passwort halt nicht mehr Stimmt was nicht mit meinem Hören, das Passwort-Face bleibt leer Und ich komm' immer noch nicht rein Und ich komm' immer noch nicht rein Ich könnte schwören, ich hätt's mir aufgeschrieben Ich schlau'n, ich schlau'n, ich schlau'n, ich schlau'n Was für ein Klick, mein Kopf tut weh Mein Kopf tut weh Oh, liebes Gedächtnis, spuckt's mir aus Und ich komm immer noch nicht rein In Zelt Euro Alle drei Monate schlägt Von vorne an Wer denkt sich den Scheiß denn aus? Weil ich raste aus Und was gab ich damals noch ein? Ich komm nicht mehr rein Probier mal um Was steht auf dem Basis-Dief? Ist das mal ein Passwort? Ich glaub es kaum Ich geb es ein beleichtes Es ist ja richtig Oh, im Ernst Ich hab keine Versuche mehr Dankeschön! Macho, 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 macho!